Wir gehen jetzt an der Rast von der Redaktion. Was schreiben die Redaktion? Lasst uns doch nicht länger warten. Ihr könnt schon längst den Nachtflug starten. Was ist Nachtflug? Das ist ein Lied. Ein Lied? Ja. Von wem? Von wem? Vom Otslav. Was? Von von ihm? Vom Otslav. Da steht es ja. Hier. Entschuldigung. Falco. Vielen Dank. 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 Und über wie es sich gehört. Herzlichen Dank. Dankeschön. Applaus für Falko. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.